Jan ist gedootet. Dann mach mal die Tür auf hier, sonst komm ich hin und pußt euer Haus. Ah! Alter, hört auf das schlissen, Junge. Ich laufe jetzt mal hoch zum Airfield, das dauert mir zu lange hier. Ich würde einfach kotzen und dann gehts auch wieder zurück. Wenigstens auf Hanni ist verlassen. Ich kaufe mir ein Fahrrad. Ah! Wer ist denn das vor mir? Oh, das ist nicht, alles gut, das ist... Alter! Nicht, 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 nicht! Alter, Hanni, ich fick dich, ich... Oh, Alter! Ey, wisst du, ich renn auch mit. Hey, wer ist denn vor mir? Scheiße! Was für ein Panel! Hanni Style! Wir beide gehen jetzt, also ich und Diabolo gehen jetzt über die Hauptstraße ins Gassettlager. Nee, Diabolo, nicht Diabolo. Komm mal doch mit! Hier mal Diabolo in deinen dicken Arsch. Dicke Kimme, Junge. Ich laufe schon den ganzen Tag. Wer, wer rennt durch die Zeltstadt? Von uns keine. Zwei, zwei Peoples in der Zeltstadt. Jawohl, warte. Das ziehe ich mir rein. Wo? Geradeaus von uns. Dritte Zeltreihe. Ah, nee, das ist glaub nur einer mit Zombie am Arsch. Ja. Der Ollo geht hoch und grillt ihn jetzt. Aber guck dich einmal um, bitte. Der ist schon ziemlich weit euch hinten. Ach, der ist hinten? Nicht vorne? Der ist an der Mauer, so wie ich das seh. An so nem Sandpäckchen. Pack? Drück vor. Es sind doch zwei. Ich seh'n, ich seh'n, ich seh'n. Es sind zwei. Ja, lass die reinkommen. Die kommen direkt noch mal zu. Ich leg mich mal hier drüber hin. Ich, ich geh auch nach hinten. Was? Warte, 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 die stellen sich jetzt hier an der Mauer neben. Der Rudrick. Mir kommt einer entgegen. Waa, bist du rausgerannt? Ja. Wer schießt sich? Wer schießt sich? Wer schießt sich? Wer kommt links von euch? Ja. Uh, ich, ich bin wieder zurück. Bist du rausgerannt, Hanni? Ja. Hanni, komm auch wieder zurück, wenn du keine klaren. Wir sind einer in den Container. Okay. Komm wieder zurück. Lol. Äh, wir sind tot. Ich bin ein Gunshots. Ihr seid alle für eine? Ich hab ihn dreimal getroffen oder so. Scheiße, wir müssen da schnell hin. Äh, die sind beide tot, oder? Ich bin tot. Oh. Wie geht das denn? Keine Ahnung, Aimbot. Keine Ahnung, Aimbot. Komm zu euch rein. Einer verbindet sich? Da, einer, einer rennt zu uns. Das bin ich. Das bin ich nicht vom Leiden. Ich hab den auch mindestens dreimal getroffen. Ich hab gesehen, wie das Wut gespritzt ist. Was ist mit dem am Container? Den hab ich nicht gesehen. Kann einer von euch die Axt daraus holen, falls der Zombie ist? Ich hab die Axt. Die sind beide unter mir. Okay. Ah, ich hab nicht die Axt. Hilf sie, wenn sie uns versuchen zu looten. Ich hab nicht die Axt. Ja, ich kann aber nicht unten nach unten schießen. Ihr müsst kommen. Granate. Zombie-Kamp treu. Ja, gleich, wenn wir Zombie haben, okay? Soll ich deine Flash reinwerfen? Vielleicht bricht's denen irgendwas. Ja, mache. Ob es von mich soll ich sie unten nicht, äh, oben. Okay, ich versuch's. Dass du mich hier oben drauf wirfst. Das wär... Okay, gib alles. Okay. Ich nehm sie in die Hand. Von wo wirfst'n du? Oh, von da. Der sieht dich, der sieht dich! War das ein Fehlzünder? Habt ihr geschossen? Ich hab geschossen. Ja, die geht hier halt in der Luft hoch, die Scheiße. Die ist in der Luft, äh, fest hier. Wenn ich wüsste, dass ich mich hinhocke, dass die mich denn nicht hören oder sowas. Aber ich trau mich nicht, mich zu bewegen, ey. Wenn der jetzt immer noch so an dem Schlitz kommt, dann schieße ich weg. Er guckt nicht mehr. Okay, dann warte ich bis er... Ah, er guckt hoch. Pass auf. Oh nein. Ich bin tot. Echt? Ja, natürlich. Die können doch durchs Holzballern. Ach, die können doch... Ich hab einen, ich hab einen. Muss nachladen. Warte, ruhig. Ruhig, 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 ruhig. Bleib noch, bleib noch eben ruhig, bitte. Einer liegt jetzt tot unten drin. Ich seh auch, der untere ist zucken. Jetzt kommt einer raus. Bei dem einen Mack. Bei dem einen Mack. Wohin rennen sie denn? Nach hinten, zum Wald. Ja, die rennen zum Wald. Ich geh hinterher. Gott. Ich auf die, wenn die da rauslaufen. Ich geh in den Bunker. Ich positionier mich oben. Ja, die rennen hoch. Ich lauf außerhalb der Waldkante rum. Warum komm ich hier nicht rüber? Sind die schon ganz hinten beim Gefängnis, oder was? Wie bei der Straße sind sie schon. Okay, dann geh ich runter und versuch das zu selben. Zu mir kommt bis jetzt keiner. Nein, nein. Links von uns. Die Straße. Unter uns. Pass auf, Haylord. Unter uns. Der kommt hoch zu dir. Was? Ein Spieler? Ein Spieler. Wo denn? Wo seid ihr denn? Oh. Ist down. Ach. Oder auch ein Licht, der liegt an der Tanne. Ich weiß es nicht genau. Wo seid ihr denn? Ja, oben in dem Wald. Vor dem Knast. Über die Straße rüber schon? Ich bin über der Straße. Okay, ich komme von hinten. Da rennt ein Zombie? In irgendeine Richtung? Ich glaube, der ist down. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich... Wo rennt denn der Zombie hin? Jetzt ist er stehen geblieben. Oh, die shit. Ja, der Zombie steht jetzt. Ich lad mal kurz nach. Jo. Schüsse. Das bin ich, das bin ich, das bin ich. Ich mache nur ein Zombie kaputt. Wo soll der Typ gewesen sein? Ich hab ihn erwischt. Der liegt hier unterhalb der Tanne. Gut. Ja, Junge. Da rennt noch einer! Da rennt noch einer! Nein, das bin ich. Das bin ich. Das bin ich selber. Du rennst grad ans Tor? Ja, ja. Ja, ja. Das bin ich. Ich dann jetzt mal... Ja, aber du warst du denn eigentlich beim Bund? Ja. Warum weißt du denn die Himmelsrichtung nicht? Alter, findest du mich verarscht? Ja. Du hättest es lassen. Mit eins und doppel Schmuck fängst du eine von mir. Weißt du, was das ist, hä? Ja. Das ist sehr geil. Spieler, Spieler rechts vor uns. Ja. Oh, mehrere. Ah, zwei! Anlegen und nicht umwegrennen. Ich renne bloß... Wo denn? Habt ihr sie noch im Blick? Die sind am Boot. Da, ich seh's. Ich seh's. Warte. Ah, fuck. Ich bin zu doll aus dem Atem. Ja. Fuck. Ich bin zu doll aus dem Atem. Ja, ja, Mann. Der eine rennt aber irgendwie nicht. Ja. Hier saß auch irgendwo einer. Hä, wo ist er hin? Ich seh ein dahinter. Da ist er. Da ist er. Ja, da rennt Richtung Vivo. Scheiße. Was ist hinter mir? Da bist du. Ja, der ist in die Stadt gerannt. Ich bin tot. Unconscious. Fuck. Der links von mir. Ja, klar. Ein Schuss. Ich bin auch tot. Der liegt in der Wiese. Der liegt in der Wiese? Ja, der liegt in der Wiese beobachtet und dann steht da kurz auf den Schieß. Ja, toll. Und sein anderer hat ihn schön weggelockt. Fuck. Und du sagst jetzt, du hast jetzt zwei gekillt, oder was? Zwei sind down, ja. Oh, Wahnsinn. Was? Du kannst, joh. Nicht schlecht. Ich kann einfach nur übelst hier im Busch drücken. Ja, dann sei weiter vorsichtig erstmal. So. Dann bin ich. Viel krach. Was haben wir hier schönes? Aber wir sollten vielleicht noch zur Millie Base gucken, oder? Ja, an der Millie bin ich gleich. Ja, warte noch auf Halo, der ist ja gleich da. Gut. Na ja, hier liegt da eh nichts vernünftiges mehr. Ja, stimmt eigentlich. Eigentlich vernünftig ist hier nichts mehr. Ja, ne Waffe und Dings kann er auch von uns kriegen. Ja, gut. Dann gehen wir runter. Also. Ich finde das schade irgendwie, dass ihr dieses Gefühl... Kennt ihr das, wenn... Ach, ich weiß ja nicht. Jetzt labere ich schon wieder. Stuss. Ja. Wenn ihr, als ihr damals angefangen habt, Daisy zu spielen, auch schon ein, zwei Monate gespielt habt, ne. Wenn ihr das Gefühl vom Zocken her selbst nach zwei Monaten vergleicht mit dem, wie es jetzt ist, ist das doch irgendwie dolle anders, oder? Ja. Ich finde, damals, Berenzino, die Dinger, da habe ich ganz andere Erinnerungen dran. Das war irgendwie viel, viel... Ja, weiß ich nicht, ob das intensiver ist. Kann ja mal stumpf da ab, wenn man das so öfter mal an die Kacke sieht wahrscheinlich. Wenn ich meine ersten Let's Plays dazu angucke. Haha. Guck mal, da ist ja irgendwas. Ne. Da hast du richtig gemerkt, wie ich mir in die Hosen geschissen hab bei jedem kleinen Scheiß. So, Greg, dein Einsatz. Einmal komplett durch die Zellstatt rennen und sagen, wo wer ist. Äh... Fuck you. Den Spieler. Wo denn? Genau auf der anderen Seite im Wald drinnen. Ja, ich wahrscheinlich. Bei den Hallen, ne? Ne, auf der anderen Seite, hier gegenüber von der Straße ist gerade einer im Wald reingelaufen. Echt? Ja. Roter Rucksack. Okay. Wer von euch hat einen roten Rucksack? Keiner von uns. Keiner. Wo siehst du den? Soll ich den abknallen? Ja, ja. Wo du abknallen kannst, klar. Bist du wohl auf seinen Bunker? Soll einer mit hingehen, oder? Soll ich mitkommen? Ja, lass mal rausschirmen. Ne, ne, der kommt gerade zu euch. Oder wo kann drinnen bleiben? Du meinst der war schon? Ah, ich seh ihn, ich hab ihn gesehen. Wo denn? Einen großen roten Rucksack. Äh... Im Endeffekt. Jetzt rennt er hin. In der Mitte. In der Mitte von der Zellstatt. Ist der hier neben mir, ne? Ja. Jetzt... Hat wer geschossen auf den? Ne. War uns Gegner wahrscheinlich. Die blasen hier rein, aber hallo. Ja, ja. Hier kommen Schüsse. Ich hab das auch gehört gerade. Gut, dass ich gar nix höre an dem Gönnschatzes. Na, ich hab bloß so'n... Weißt du? Aus welcher Richtung? Ich hab's beschrieben. Sie sitzen da im Wald drin, wo... Ja, ich nenn das Einlogwald, weil wir uns da immer einloggen. Das ist so'n kleines Wäldchen zwischen Mauer und Zellstatt. Von wo aus könnte ich das gut sehen? Wenn ich jetzt... Ähm... Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt mit der Winchester gucken will. Ich will ganz schön hoch sein. Ich seh bloß seine... Am besten du gehst... Ganz links. Schüsse! 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 Am besten du gehst ganz links. Die schießen hier rein. Warte mal, die schießen hier rein. Die schießen hier rein. Warte mal, die schießen hier rein. Ja. Das ist hinten Richtung Bunker. Von... Von hier aus. Ja, ja, ja. Das ist bei mir in der Nähe. Ich weiß aber... Ich kann's jetzt doch noch nicht ausmachen. Ich will mich auch noch nicht hinmopfen. Muss hier hinten an der Mauer sein oder sowas. Ja, ja. Was? Aber nicht auf uns. Lark, wie kann denn der mich treffen? Hat der durch den Sandsack geschossen? Ich bin tot. Geht's im Ernst? Ja. Hast du gesehen von wo? Nee, wa? Nee. Ich komm zurück zu euch. Entweder vom Wald. Das bist du okay. Aber ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, weil ich eigentlich lag. Oder... Oder er saß unter mir. Aber... Den wären natürlich Schüsse lauter gewesen. Ja, wenn er weit genug vor dir ist, sieht er dich locker da oben drauf. Ja. Du kannst ja hier nicht raus. Die können ja irgendwie auf uns schießen, ohne dass wir Sichtung haben. Das ist... Scheiße. Ja, wenn ich jetzt aufstehe und in dem Wald versuche zu spotten... Nee, nee. Das ist... Wer? Ich bin... Unconscious. Und wo? Ich hab mich getroffen. Ich weiß es nicht. Die schießen... Die schießen durch Wände. Die haben mich aufgetroffen. Ja. Ja. Durch Sandsack-Bunker kann man schießen, glaub ich. Ja, aber ich lag die ganze Zeit in diesem Scheiß-Sandsack-U drinnen. Der kann mich noch nicht mal gesehen haben. Boah, das ist jetzt ein kurzes Vergnügen, wahr? Warte. Warte. Der hat so tief... Warte. Oh, hier wieder. Der ist von hinten gekommen. Der von vorne. Definitiv von vor uns. Ja. Und der hat mich wieder durch die Wand... Geschossen. Also er hätte das als eigentlich nicht gegeben, weil es war halt ein Sicherheitsabteil. Wollen wir rausrennen? Ein Greg, ein Ich und nochmal ein... Wer ist der noch hier? Nur noch Honey? Nee. Wohin wollen wir denn? Der hat irgendeine Emote scheiß an oder sowas. Wtf, ich bin wieder aufgestanden. Kannst du zu uns hier auf die andere Seite rüber hoppen? Guck, schon wieder. Der hat an. Schon wieder. Der hat an. Ja, das geht nicht. Ich war unconscious und aufgestanden, dann macht das... Ich bin... Ey, mein Leg hurts. Warte mal. Ich muss mich verbinden. Der schießt durch Wände, der Bastard. Mein Beine sind gebrochen. Ich kann nicht mehr mit rausrennen. Hast du? Der killt dich gleich sowieso. Ja. Weil du siehst, dass du aufstehst, war warm. Schießt aber auch. Geh mal in die Hocke, dann wirst du sehen. Alter, sowas... Wollen wir auch mal an den Server ausweichen, oder? Lockt euch aus, sonst... Also auf so einem Geburts habe ich echt keinen Bock, mich hier von irgendeinem Sch***er wegholen zu lassen. Das ist ja sehr peinlich. Fick dich doch, Alter. Du Dreckige Stück Scheiße. Es kann echt nicht der Ernst sein, was dir abläuft. Meine Fresse. Ich habe jetzt zwar das Glück gehabt, dass ich das überleben konnte. Trotzdem nervt es und frustriert es. So kann man einmal eben schnell das Gameplay komplett versauen. Da denkt man, man macht jetzt abends nochmal was, hat da irgendwelche People, die man im Endeffekt noch auf reguläre Weise beschießen kann und sich ein kleines Gefecht liefert. Und dann passiert so eine Scheiße, weil irgendwelche Affen das einfach nicht hinkriegen, das Spiel so zu spielen, wie man es... Da fehlen mir echt die Worte. So was dämliches. Wozu spielt man das dann? Wozu? Wenn die... Dann sollen sie sich ihre Legosteinchen holen und sich die Dinger in den Arsch schieben und sagen... Was ist... Es ist so... Puh. 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 Puh.